Willkommen beim neuen DLC von Crusader Kings 3, Road to Power. Und wollt ihr wirklich die Wege der Macht beschreiten, dann sollt ihr als Wanderer ein großer Eroberer werden. Es ist eine Entscheidung, die verdammt viel Arbeit erfordert, aber dann könnt ihr mit einem Buff von minus 75% auf Kriegsvolksunterhalt die gesamte Welt unter eurem Stiefel zerquetschen. Und damit ihr diese Entscheidung, ein großer Eroberer zu werden, gut meistern könnt, bin ich hier, um euch Schritt für Schritt zu zeigen, welche Kniffe und welche Tricks, richtig fiese Tricks, der Wanderer bietet, um euch einen massiven Vorteil zu geben, diesen Eroberer Trade innerhalb von ein paar Jahrzehnten zu erreichen und in einem Leben vom Wanderer zum Kaiser zu werden. Schritt 1, die demütige Phase. Diese Phase ist die Phase, in der ihr startet, kaum Geld habt, kaum Ressourcen, kaum Leute, kaum irgendetwas. Diese Phase müsst ihr erstmal mitnehmen. Und was können wir tun, um die ein wenig leichter zu machen? Naja, wir können uns zumindest mal ein eigenes Abenteuer erstellen. Und wenn wir ein eigenes Abenteuer erstellen, starten wir, wenn ihr es optimal haben wollt, um eben direkt auf diese Entscheidung, große Eroberer zu gehen, in England, am besten sogar hier oben in Schottland. Ich würde euch empfehlen, irgendwo bei Edinburgh in der Nähe zu starten, denn das würde euch den meisten Vorteil geben. Auch bevor wir in Schottland anfangen können, stelle ich euch vor, den glücklichen Dieter Eroberer. Das seid ihr, Leute. Wenn ihr diesen Geist geguckt habt, seid ihr einfach so glücklich wie diese Person. Sieht ja nicht herrlich aus. Und der glückliche Dieter ist natürlich ein treuer Anhänger des Buddhismus, Ari. Denn das ist eine Religion, die ihr sehr dringend braucht. Warum? Das werdet ihr auch gleich sehen. Außerdem sind wir die Kultur normannisch. Wichtig ist dabei eigentlich nur, ihr nehmt eine Kultur, die am besten sehr weit in der Forschung drin ist. Normannisch hat noch einen besonderen Perk und verfolene Kadetten. Wir haben auf jeden Fall ein höheres Reisetempo. Wir haben weniger Belagungszeit. Wir haben mehr schwere Reitereiregimenter. Welches Regiment oder welcher Kriegsvolk ihr euch aussucht, ist eigentlich egal. Ihr solltet euch aber irgendein Kriegsvolk aussuchen, womit ihr den Leuten so richtig schön auf die Fresse hauen könnt. Denn das ist essentiell. Diese Kriegsfolker werden euer gesamtes militärische Potenzial sein. Außerdem wollen wir viel Kriegsführung. Wir wollen einigermaßen gutes Ränkespiel und sehr viel Kampfgeschick für meine Variante hier. Deswegen empfehle ich euch trotzdem eine Ausbildung in Verwaltung. Das liegt auch daran, da wir die Lebenswandel brauchen. Exzentrisch für noch mehr Lebenswandelzuwachs. Und Maßform für ein bisschen mehr Leben. Und am besten sowas wie kerngesund, robust und so weiter. Hiermit haben wir genau 400 Punkte. Könnt ihr also exzellenzisch nachspielen. Ihr habt ja einen kleinen Bonus an Gesundheit. Dieser Dieter ist eigentlich perfekt dafür vorbereitet, ein großer Eroberer zu werden. Wählt zu Beginn die Personen mit Kampfgeschick, damit ihr noch ein paar mehr Ritter habt, die euch zur Seite stehen können. Dann könnt ihr eigentlich auch schon loslegen. Der Anfang ist relativ wenig spektakulär. Das Einzige, was ich euch sagen kann, was ich euch jetzt zeigen werde, geht auf Verwaltung und haut hier Falscherei rein. Das werdet ihr brauchen. Versucht ansonsten einfach diese ganz einfachen Aufträge hier zu machen. Gerade eben die, die Kriegsführung, Kampfgeschick oder vielleicht ein bisschen Ränkespiel bieten. So, dass ihr euch ein bisschen aufbauen könnt. Ihr könnt erst Geld gewinnen und ein bisschen vertraut werden mit dem Ganzen. Euer Lager werdet ihr auf, könnt ihr eigentlich erstellen, worauf ihr wollt. Wenn ihr jetzt sagt, ich bin halt dieser Kriegsführer, würde ich euch immer empfehlen, auf Mietklingen zu gehen. Ihr könnt aber auch alles andere wählen. Das ist eigentlich relativ egal. Ihr werdet gleich sehen, dass das nicht so eine Relevanz hat. Für die Gebäude ist nachher am essentiellsten. Das Luder ist eine Lagerfeuer, weil dadurch kriegt ihr immer mehr Kriegsvölker. Am Anfang nicht ganz so wie der Tross, der recht wichtig ist, weil er uns mehr Reisetempo gibt. Und das Bader-Selt, was uns einfach ein kleines Einkommen gibt. Versorgungsset könnte man auch mitnehmen. Aber eigentlich die beiden ersten mit den ersten Aufträgen bauen. Das wäre am wichtigsten. Und dann geht ihr einfach erstmal hier runter und habt ein paar Verwaltungs-Perks, die ihr dann nachher verteilen könnt. Habt ihr dann einige Jahre mit langweiligen Ränkespiel-Aufträgen verbracht, die am besten über Kampfgeschick und Kriegsführung sind. Warum? Kommen wir gleich. Der Trade ist ja noch dabei. Der kommt aber eigentlich erst in Phase 2. Habt ihr langsam ein wenig Erfahrung angesammelt. Und ihr geht als erstes auf Lagersteuer, um einfach ein bisschen Geld zu bekommen. Und dann Richtung So macht man das. Dieser Trade ist der erste von zwei Trades, der absolut broken ist und durch das Spiel als Eroberer garantiert. Denn ihr kriegt für jeden Sehenswürdig, wenn ihr besucht, 20 Gold. Wieso ist das broken? Werden wir noch sehen. Dann geht ihr als nächstes hier auf Habgierig. Geht runter auf Tauschhandel mit hohem Einsatz. Diese beiden Trades, zusammen vereint, sind absolut the shit schlechthin. Und mit Tauschhandel könnt ihr nämlich eine neue Reiseoption einfügen. Und da kriegt ihr für jede Baronie, die durchquert 25% des Beutewertes des Besitztums. Ich hab 1066 angefangen. Ihr könnt auch 867 anfangen oder 1178. Wenn ihr schnell an Kohle kommen wollt, 1178. Die Gegner sind allerdings auch schwerer. Von daher hab ich jetzt einfach mal gesagt, ich hab das schon da gemacht. Also 1066. 1066 sind die Beutezahlen trotzdem ganz in Ordnung. Ihr seht hier 30, 24 und so weiter. Und da ist England schon mal als erstes gegen. England hat sehr viele Gebiete auf sehr kleinem Raum. Wenn ihr hier also durchzieht, erhaltet ihr jedes Mal diese ganze Beute, was einen sehr guten Boost gibt für euer Geld. Der zweite Punkt ist, wenn ihr hier auf Wirtschaft geht. Diesen Trade kennt ihr ja hoffentlich, weil ihr meine Videos gesehen habt oder meine What's. Dann seht ihr hier diese ganzen einzigartigen Gebäude. Und England hat davon einen Haufen. Vor allem diese blöden, äh diese tollen Hadianswelle und die Offerdyke. Diese ganzen Gebäude könnt ihr einzeln angeben und kriegt jeweils die 20 Gold für diesen Trade. Damit kommt ihr langsam Richtung zweite Phase, dem Aufstieg. Doch wie wir die erste Phase damit beenden können, muss ich euch ja auch noch zeigen. Es ist einfach so, dass ihr erstmal ein wenig Geld noch ansparen müsst. Ihr solltet am besten schon mal einen Tross gebaut haben, um ein bisschen mehr Reisetempo zu haben. Vielleicht sogar schon hier den Stall mit drin. Oder reichlich Schrösser. Da kriegt ihr den Stallmeister, wodurch ihr noch schneller reisen könnt. Und hier unten noch mehr Reisetempo. Ihr seht also schon, es läuft irgendwo auf Reise hinaus. Baut sonst einfach schon mal alles auf Stufe 2. Bringt ein bisschen Geld mit rein und verbafft schon mal euer erst Kriegsvolk. Je nach Auftrag kriegt ihr ja manchmal auch Kriegsvölker geschenkt, beziehungsweise könnt euch die erbeten von den Aufgabgebern, die ihr ja jeweils gesammelt habt. Und wenn ihr mal keinen Bock auf diese Aufträge habt, könnt ihr auch mal in ein Gotteshaus gehen. Denn Gotteshäuser bieten eine besondere Möglichkeit, die relativ konsistent, je höher euer Ränkelspiel, desto besser genutzt werden kann. Ihr geht auf das Gelände des Gotteshauses. Hier gibt es den zweiten Punkt. Das Gotteshaus sieht interessant aus. Und dann geht ihr, ich brauche Spende. Dann habt ihr eine gewisse Prozentschance, durch Ränkelspiel jede Kirche Geld abzusackern. Ihr dürft aber nicht erwischt werden, sonst habt ihr einige Monate Verbot und ihr kriegt immer den negativen Trait. Galgenvogel. Daran müsst ihr denken. Aber wenn es klappt, habt ihr einfach 80 Gold gewonnen. Und könnt wieder eures Weges gehen. Auch eine ganz gute Alternative zu dem, was wir jetzt gleich tun werden, sobald der letzte Trade hier fertig ist. Wenn ihr diese 6 Trades also habt, als erstes, was ihr tun müsst, sofort auf Kriegsführung gehen. Warum? Zeige ich euch, wenn ihr ein großes Album haben wollt, müsst ihr Kriegsführung haben. Das ist auf jeden Fall ein absolutes Muss. Und diese 6 Trades, die können wir jetzt nutzen. Ihr müsst genug Gold gespart haben, um eine Pilgerreise zu machen. Warum eine Pilgerreise? Ach ja, wir sind ja Ari, organisierter buddhistischer Glaube. Dann drücken wir hier auf Pilgerreise und können mal anschauen, was da so passiert. Hier auf die Pilgerreise, werdet ihr direkt nach Indien geschleudert. Denn die heiligen Städte des Ari sind natürlich nur in Indien. Wir gehen ganz hinten hier hin. Da werden wir nach Sitaung reisen und werden hier auf jeden Fall Tauschern und mit hohen Einsätzen reinsetzen. Wir werden den Rest, das ist eigentlich komplett egal, einfach auf Einsätzen, ihr braucht keine Frömmigkeit. Es geht nur darum, dass ihr geht. Und was macht ihr jetzt? Jetzt kommt es zum spannendsten Teil. Ihr seht, die Reise sieht sehr gefährlich aus. Wir werden diese Reise aber noch deutlich gefährlicher machen. Denn wir wollen die Reise so lang wie möglich machen. Was wollen wir machen? Wir wollen jedes einzelne von diesen Sehenswürdigkeiten hier, wollen wir anklicken und durchwandern. Und zwar alle, bis wir unten in Indien sind. Wenn da unten in Indien, oder nicht sogar Indien, das ist ja noch weiter weg. Myanmar müsste das sein. Werden wir dann unsere Pilgerreise beenden und werden alle diese Sachen hier durchwandert haben. Wir schauen uns mal an, wie lange das erstmal dauert in einer kleinen Montage. Und wie viel Gold wir dann am Ende bekommen werden. Wir sehen uns mal. Und wir sehen uns im nächsten Mal. caps. im Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nach diesen 10 Minuten einstellen, wünsche ich euch viel Glück, sterbt nicht. Das ist meine einzige Bedingung, die ich habe. Es kostet nicht viel, außer viel Zeit. Ihr seht ungefähr 6 Jahre Reisezeit. Aber 125 Gold noch und wir sehen, unser Tempo ist bei 174, auch ganz wichtig. Man könnte noch als Trade Feige hineintun, dann könnte man noch schneller reisen. Ist beim großen Eroberer aber etwas schwieriger, weil ihr braucht nachher auch hohes Kampfgeschick. Und deswegen ist es etwas schwerer. Und dann legt ihr los und zieht 6 Jahre durchs Land. Ich wünsche euch viel Spaß beim Event drücken. Das ist einfach richtig toll. Wir merken uns also 217 Gold und schauen, wie viel wir am Ende haben werden. Außerdem, volles erstes Event. Dankeschön. Tja und ihr kennt es bei einer langen Reise. Ihr guckt gemütlich auf euer Tablet, baut wahrscheinlich 5, 6, 7 Unfälle und schaut euren Lieblingsstreamer Omni zu. Und das finde ich auch gut so. Aber dann hört ihr dieses fiese, dröhnende Geräusch einer herannahenden Werbung. Denn der Winter kommt und mein Partner Holy hat jetzt einen neuen Holy Adventskalender auf dem Markt, den ihr auch mit meinem Code Omni5 bei dem ersten Einkauf günstiger bekommen könnt. Oder Omni 10% günstiger bekommen könnt. Absoluter Schlager, der je früher ihr es kauft, umso billiger ist. Wenn ihr jetzt sofort zuschlägt, bis zum 05.10. bekommt ihr das Ganze mit meinem Code für 35 Euro. Ansonsten wird sich der Preis immer weiter Richtung Weihnachten erhöhen. Dieses Getränk ist super lecker. Ihr könnt dann alle möglichen Sorten probieren. Da sind auch neue Sorten mit drin, sodass ihr eine Auswahl habt. Und damit kommt ihr eigentlich so günstig nie wieder an so eine Menge an Holy. Absolutes Highlight. Und nebenbei könnt ihr mich dann unterstützen. Und auch nur dann, wenn ihr etwas kauft, bekomme ich auch etwas. Und dabei könnt ihr dann auch noch ein leckeres Getränk gewinnen, was ich selber auch sehr gerne trinke. Deswegen kann ich es nur weiterempfehlen, gerade die Teesorten. Aber man kann sich eben mit diesem guten Adventskalender überraschen lassen. Oh, wir sind ja immer nicht da. Da kann ich ja noch was über Holy erzählen. Na dann eben nicht. Beruhigt euch, Leute. Da sind wir im wunderschönen... Ich weiß schon gar nicht, wie es hieß. Wie hieß es? Sind wir in Tau oder so? Ach, keine Ahnung, wenn das jetzt... Guckt euch das an. Wir haben bei der Hälfte der Reise 2200 Gold gemacht. Ihr versteht also, das ist unser Ausweg aus der ersten Phase, der demütigen Phase, auf zur zweiten Phase, dem Aufstieg. Und wir sehen uns wieder in England, noch ein paar Jahre später und hoffentlich sterbe ich nicht. Und dann fassen wir mal zusammen, was wir alles bekommen haben. Bis 15 Minuten später. Und da wären wir wieder, meine Freunde, in einer wunderbaren Ausbeute. 3600 Gold. Wir sind auch schon illustrer, müssen wir auch haben. Und wir haben 15, eigentlich sogar 15 Perks. Ich hatte schon einen ausgegeben. Wir haben zwei Diplomatie-Perks, sechs Kriegsbildungsperks, was das Wichtigste ist. Drei Verwaltungsperks und drei Bildungsperks bekommen. Durch diese eine, ja doch, recht lange Reise. Wir haben aber nicht so lange gebraucht. Fünf Jahre circa. Wenn ihr die Reisegeschwindigkeit hochsetzt, geht das. Warum wäre das eigentlich möglich? Eigentlich bezahle ich doch sauviel Vorräte, wenn ich mein Lager versetze. So ist die Mechanik. Ja, aber wenn ihr Pilgerreisen macht, dann versetzt ihr euer Lager nicht. Und das Problem ist auch, wenn ihr jetzt in Katholisch werden und hier unten eine Pilgerreise macht, könnt ihr nicht bis Indien gehen und alle Seelenswürdigkeiten mitnehmen. Deswegen ist diese Phase so wichtig, in England anzufangen, weil ihr die ganzen Sondergebäude habt, es sehr weit im Norden ist, also nordwestlich. Und ihr dann Ari seid und hier unten die Pilgerreise hin macht. Und ihr könnt jetzt sofort wieder eine machen, wenn ihr Bock darauf habt. Wenn ihr keinen Bock darauf habt, seid ihr jetzt eigentlich mit diesem Gold und diesen ganzen Traits in Phase 2. Willkommen im Aufstieg. Mit dem Aufstieg habt ihr euch endlich, endlich das Recht von mir verdient, diesen großen Eroberer-Perk überhaupt mal anzugucken. Ein großer Eroberer werden. Ihr könnt, egal in welches Gebiet ziehen und da sofort einen Krieg loslegen, um einen Anspruch durchzusetzen auf dieses Königreich. Das schauen wir uns aber erst an, wenn wir wirklich so weit sind. Ein wichtiger sind die Sachen hier unten. Ihr müsst acht Punkte von all diesen Sachen erfüllen. Und ihr seht, wenn ihr es einigermaßen geschickt gemacht habt, euren Charakter gut vorangebracht habt, habt ihr schon mal Kriegsführung 22. Dann sind da solche Geschichten bei wie Legenden gestaltet. Ihr braucht beide Turks im Kriegsführungszweig, die wir gerade hier durchgehen. Stratege und Galant. Durch unsere Reise haben wir Galant schon fast fertig, müssen danach natürlich Strategien schaffen. Das solltet ihr aber ohne Probleme hinbekommen. Als nächstes müsst ihr noch ganz viele andere Dinge tun, viel am Krieg teilnehmen. Fünf Kriege gegen Könige und Kaiser. Und ihr müsst zwei Befehlshaber-Eigenschaften haben. Auch da habe ich ein bisschen Geld ausgegeben, damit ich schon mal einen Perk kriege. Da kommen immer wieder Events, damit ihr die bekommt. Ihr braucht 4000 Truppen, mit dem Geld mittlerweile sehr einfach. Nutzt das Geld aber weise. Ihr müsst zwölf Charaktere töten. Und dann könntet ihr theoretisch 20 Beistandsaufverträge machen. Die sind aber sehr nervig, würde ich euch nicht empfehlen. Und dann auch recht einfach mit Geld. Zwölf Ritter mit zwölf Kampfkraft ist am einfachsten. Oder sechs mit 18. Diese Sachen müsst ihr alle haben, plus 5000 Prestige. Legendengestalt ist schon ein ordentlicher Grind. Da müssen wir gleich mal drauf eingehen, wie kann man das gescheit leisten. Der Rest ist in Phase 2 zu erreichen. Phase 2. Der Aufstieg bedeutet, jetzt müsst ihr keine Lame-Verträge mehr machen oder Aufträge mehr machen. Ihr baut jetzt euer erstes Kriegsvolk auf und geht den Leuten so richtig schön auf die Nerven. Jeder Krieg, der hier aufkommt, den müsst ihr bestreiten. Damit ihr 20 Kriege teilgenommen habt, um zwölf Leute zu töten, könnt ihr einfach Leute gefangen nehmen im Krieg und die einfach im Gefängnis töten. Also in eurem Lagergefängnis, wo auch immer sich das befindet, ist ja egal. Und dann haut ihr einfach alle Kriege, die ihr kriegen könnt, rein, wenn ihr genug Truppen habt. Ihr müsst schauen, reicht das Geld auch für eine gute Truppe und schaut, welche Kriege könnt ihr nehmen. Ihr müsst die Kriege auch nicht mal unbedingt gewinnen, aber ihr müsst jetzt konstant in Kriege reingehen. Nebenbei baut ihr natürlich euer Lager jetzt komplett auf. Ihr braucht auf jeden Fall das Lagerfeuer noch. Das heißt, ihr habt die vier Gebäude, Truppenübungsplatz, ihr wollt ja Kriege bestreiten, Lodernes Lagerfeuer für mehr Kriegsvolk, wobei ihr euch nicht so viel leisten könnt. Denkt immer an eure Vorräte. Frost ausbauen, Baderzelt ausbauen und Pavillon auf maximale Stufe bringen. Mit dem Gold, was ihr gemacht habt, könnt ihr das locker erreichen. Wenn ihr mehr Gold braucht, macht eine Pilgerreise. Und wenn ihr jetzt Prestige sammelt, könnt ihr natürlich wieder Jagd veranstalten. Das ist locker möglich. Oder ihr geht auf ein ganz besonderes Gebäude hier in eurem Zeltlager ein. Und zwar den Schließwagen. Den braucht ihr dringend, denn ihr kriegt den Beutemeister. Der Beutemeister erhöht Zuwachs an Gold, Prestige und Frömmigkeit aus gewonnenen Schlachten und Belagerungen. Das müsst ihr unbedingt haben. Ihr müsst einen guten Beutemeister einsetzen, um jetzt Prestige aus allen Schlachten rauszuholen. Nutzt sonst die Gelegenheiten, wie gesagt, für Jagd. Und wenn ihr dürft, an einem Prachtturnier teilzunehmen. Dafür müsst ihr aber recht bekannt sein. Und die Chance kriegt, überhaupt daran teilzunehmen. Aber wenn ihr das alles schafft, könnt ihr den Prestige nach oben bringen. Müsst dann andere Perks nicht eingehen, wie zum Beispiel diese 20 Beistandaufträge. Beistände sind immer Kriege, die ihr mitbestreiten müsst. Und die Kriege sind dann meistens sehr auf verlorenen Posten. Das heißt, ihr müsst genug Truppen haben, um das auch leisten zu können. Also geht es erstmal darum, euer Fußvolk oder Kriegsvolk jetzt aufzusetzen. Und zu versuchen, diese Kämpfe zu schnappen, wo ihr wirklich eine Chance habt zu gewinnen. Mit dem Beutemeister, sodass ihr maximale Beute bekommt. Erpresst die ganze Zeit Gefallen, dass ihr Gold konstant durchkriegt. Jeder Krieg gibt euch ordentlich Geld. Also nutzt die Chance auf jeden Fall aus. Ihr könnt auch eure Gönner nach einem Achturnier fragen. Das heißt aber nicht, dass ihr mal eingeladen werdet nach meiner Erfahrung. Ich konnte ihn aber jetzt zum Beispiel nach einem Achturnier fragen und wir können teilnehmen. Macht das sofort. Es ist natürlich wieder ein absolut nerviges Klickding. Aber ihr kriegt so viel Prestige daraus. Wenn ihr einigermaßen euch gut schlagt, könnt ihr hier richtig viele Rekorde brechen. Und schon mal ein paar tausend Prestige mitnehmen, um die Stufe bis erhaben und dann zur Legendengestalt durchzugehen. Gebt euch übrigens auch immer mehr Ritter. Ihr solltet jetzt mit und mit euer Ritter voll machen, sodass ihr auch eine schlagkräftige Armee habt neben dem Kriegsvolk. Und betrachtet einmal den Aufstieg, was für Chancen ihr dadurch kriegt. Wir haben jetzt einen Krieg beendet. Der war relativ easy. Wir haben hier 1.300 Truppen einfach reingehauen. Aber hier 550 Gold. Wir haben so gut wie nichts getan. Wir haben dann so Geld, das wir eben schon ausgegeben haben, eigentlich relativ gut finanzieren können, indem wir diesen ersten relativ billigen Krieg geführt haben. Sucht euch also immer diese Kriege auf der Karte, wandert herum, passt immer auf, dass ihr eure Vorräte aus dem Markt rausholt und notfalls stehlt oder kauft für 100 Gold, kriegt ihr eigentlich immer eure gesamte Vorräte. Von daher lasst euch da nicht lumpen, gebt das Geld ruhig aus und geht überall hin und zieht herum und führt Krieg. Das ist eure Chance des Aufstiegs. Versucht dann gezielt diese einzelnen Punkte anzugehen und die, die relativ einfach sind, wie zum Beispiel zwei Befehlshabeigenschaften, eure Attribute und diese Kriege hier zu nehmen. Das kriegt ihr hin. Ihr seht schon, ich habe nebenbei mal kurz auch die Ritter geholt, da braucht ihr einfach nur Geld. Geht jedes Mal in jede Burg rein, holt euch die Leute, die kosten einfach nur Geld und schon habt ihr auch einen zweiten von acht Trades zusammen. Sollt ihr diesen Loop ganz gut bekommen, also immer wieder Krieg erklären, wieder einen Krieg gewinnen, wieder Geld dazu bekommen in diesen Mengen, geht immer weiter auf loderndes Lagerfeuer und baut euer Kriegsvolk halt bis zum Maximum aus. Jedes lodernde Kriegsfeuer, Lagerfeuer, bringt euch einen Kriegsvolkregiment. Jedes einzelne von diesen Stufen. Ihr könnt also sechs Regimente hierdurch bekommen. Ihr kriegt durchs Pavillon jeweils nochmal eins, das heißt nochmal, die drei nochmal dazu, das sind neun Stück. Wenn ihr diese neun Stück alle abgegradet habt, wie hier meine Conroys, dann könnt ihr eigentlich so gut wie alles überwalzen. Solange ihr immer genug Vorräte habt und das Geld immer durch Kriege wieder reinkommt, könnt ihr über die Karte gehen und alle Kriege mitmachen und konstant brutal Damage machen und euer Kriegsvolk immer weiter aufbauen. Er hat sich diesen Loop und eure Aufstiegsphase geht relativ schnell in die Endphase über. Ziele Gelegenheit gegen einen König zu kämpfen, wenn er gerade einigermaßen schwach ist. 4.000 Truppen sollten wir mit unseren 2.000, 1.200 Schwerdkaffeln, die Truppen locker beseitigen können, auch wenn wir sie noch nicht massiv gebufft haben. Die solltet ihr auf jeden Fall nachher buffen, aber 166 passt schon ganz gut. Sollte mal kein Krieg da sein oder ihr seht Krieg, aber ihr kriegt keinen Beistand wie hier oben, dann geht einfach zur Kriegsvorteil und sagt, hör mal, ich könnte dir jetzt auch helfen, könnt ihr militärischen Beistand anbieten. Kriegt ein bisschen Geld und ihr könnt einfach mit reingehen, zählt dann für eure 20 Kriege. Aber jetzt gucken wir erstmal, wie schön wir denn in den französischen König einmal in die Schranken reisen. Und ihr seht es, 225 Prozent und wir saugen die Personen einfach auf, weil wir einfach ein Wanderer sind, der in der Aufstiegsphase ist. Wenn die Aufstiegsphase heißt, wir haben hier verfluchte Conroys, heißt wahrscheinlich Conroir oder so, lasst mich bloß in Ruhe mit der Aussprache. Das ist ein Wanderer, das ist ein Wanderer, das ist ein Wanderer. Und wir haben einfach konstanten Krieg geführt, ich habe zwölf Leute umgebracht. Wir haben fünf Kriege gegen Könige oder Kaiser geführt, also teilgenommen, wir müssen ja nicht mehr gewinnen, das ist eigentlich egal. Wir haben die zweite Befehlshabereigenschaft bekommen, Stratege sind wir unterwegs, das heißt wir haben jetzt schon eins, zwei, drei, vier, fünf und würden dann sechs mit Stratege haben, die sicher sind. Wir sollen 20 teilnehmen, 20 Kriegen, dann haben wir schon sieben und dann brauchen wir eigentlich nur 4.000 Truppen. Das ist die Legendengestalt, ist nicht mal notwendig und auf keinen Fall diese Beistandaufträge, die sind schon echt mühselig. Wir sehen aber auch, wir sind auch schon 51. Das Ganze dauert natürlich seine Jahre, aber mit der Methode, diese Aufstiegsphase, die ihr wirklich so durchziehen müsst, dass ihr konstant Krieg führt, ihr habt auch keinen Verlust, wenn ihr den Krieg mal verliert. Das ist gar nicht so wichtig. Könnt ihr halt relativ schnell diese Aufstiegsphase machen. Und diese Aufstiegsphase ist halt das, was am meisten Spaß macht. Ich meine, schaut es euch an, wir kämpfen gerade gegen den deutschen Kaiser, also den Kaiser vom Heiligen Römischen Reich, kämpfen überall an allen Fronten, besiegen Kaiser, die hier irgendwie einzelne kleine Grafschaften einnehmen wollen, verteidigen und die halt vor diesem bösen großen Königen und Kaisern. Das ist einfach genial. Das macht diesen neuen DLC so super. Währenddessen bauen wir weiterhin unsere Lagerfall aus, sodass wir immer mehr von unseren Truppen ausheben können. Wir müssen noch ein bisschen Geld haben, das heißt, wir brauchen noch ein paar Kriege, die wir gewinnen sollen. Notfalls immer noch die Pilgerreise machen. Es macht aber nicht so viel Spaß wie das hier, denn die Aufstiegsphase ist nicht die demütige Phase und deswegen solltet ihr die auch so spielen und hier den maximalen Spaß rausnehmen und einfach ein absoluter chaotischer Kerl hier sein, der die ganze Welt einfach nur bereist und überall Kriege mitmischt. Damit wären wir soweit. Die Aufstiegsphase ist durch. Ihr seht, wir haben einfach wirklich nur Krieg geführt. Das, was ihr gesehen habt, waren natürlich nur kleine Ausschnitte, aber sonst haben wir nur Krieg geführt, unser Kriegsvolk aufgewertet und unser Lager abgetragen. Mehr müsst ihr dabei nicht tun. Ihr müsst einfach voll Gas geben. Und wirklich, ich habe so viele Kriege geerklärt, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das müssten ja auch schon einige gewesen sein, sonst hätten wir nicht die 20 Kriege gehalten. Das ist klar. Aber das müsst ihr so durchziehen, damit ihr eben diesen Trade bekommt. Und jetzt könnt ihr, oder ich kann jetzt hier den Strategen wählen und damit können wir zum großen Eroberer werden. Denn wir haben alles, was wir brauchen. Der Typ ist aber jetzt mittlerweile seit 15 versuchten Jahren verletzt, schwer verletzt. Ich kann ihn auch gar nicht als Herr für nehmen. Das wäre bei einem schwereren Reich ein großes Problem. Da wir aber 1066 gestartet sind und konstant den Krieg, ich habe den mehrmals im Krieg besiegt, kaputt gehauen haben, hat er ständig nur noch Rebellionen hier überall. Deswegen er das ideale Ziel ist, um ihn für unseren Titel der Eroberung auszuwählen. Ihr könnt jetzt drücken, der große Eroberer. Ihr bekommt den Trade Eroberer. Diesen geilen Trade, den es halt neu gibt im Patch. Einfach ein klasse Trade. Den behaltet ihr auch. Wichtig. Den behaltet ihr und den vererbt ihr weiter. Ihr müsst allerdings, und das ist eine ganz wichtige Sache, einen Monat wachten, nachdem ihr Land erobert habt, dann kriegt ihr den und ihr kriegt auch noch den Abenteurer-Trade, der auf 50% gibt. Das heißt, ihr startet mit minus 90% Kriegsfolgeunterhalt. Da unser Typ aber jetzt schon 61 ist und noch immer halt schwer verletzt ist, wird er realistischerweise nicht sehr lange leben. Nur, dass er da schon mal Bescheid ist. Er wird nicht mehr lange leben, weil die ganzen Campboni nämlich weg sind. Die ganzen Campboni-Wängen wegfallen und wenn er noch immer schwer verletzt ist, bloß ich habe einmal leider eingefrorene Trauer nehmen müssen, dann werdet ihr relativ schnell sterben. Aber eure Kinder haben eben, und wir haben ein Kind, haben eben diesen Trade ebenfalls, den Eroberer-Trade. Das heißt, all diese Kriegsvölker, die ihr habt, werden 75% weniger kosten. Wir könnten noch mehr upgraden, aber ganz ehrlich, wir haben 6000 Truppen, durch unsere Truppen an, die sind bei 226. Das ist zwar, wenn man ländlich ist, nicht die Welt, aber wir sind 1111. Das heißt, wir sind nicht mal im Hochmittelalter. Wir sind also absolut weit voraus der KI und können hier jetzt zum großen Eroberer werden. Joink! Und damit könnt ihr die Welt hoch zu Ross erobern. Das ist ganz einfach. Okay, dann bin ich dein Sohn. Ich sagte natürlich, es ist so leicht, Frau Hohenross zu erobern. Ja, diesmal so richtig. Königreich von Böhmen gegen den Kaiser. Und damit werdet ihr einen Krieg sofort starten. Kriegt eine mini, mini kleinste Folge. Lasst euch nicht von diesen Folgetricksen, ihr müsst selber Truppen haben. Die Folge sind 700 Sondertruppen. Einen richtig großen Kaiser wäre das gar nichts. Okay, du hebst dein Truppendeck neben mir aus. Finde ich sehr gut. Und jetzt können wir ihn richtig schön auf die Mütze geben. Und ihr seht, wie wir die einfach schlucken werden mit unserer gigantisch großen Kavallerieeinheit. Können wir jetzt direkt die Belagerung angehen und den Krieg relativ schnell für uns entscheiden. Er zwingt mich dazu, auch Dresden zu belagern. Die Heimat, einer meiner liebsten Zuschauer. Es tut mir leid, aber wir müssen es leider durchziehen. Denn irgendwie will er nicht mit uns kämpfen und deswegen muss er auch Dresden fallen. Und weiter geht es nach Meißen. Ich versuche noch, seinen Truppen einzufangen. Aber er hat einfach gar keinen Bock zu kämpfen. Er weiß genau, dass er gar keine Chance gegen uns hat. Und lässt uns einfach machen, was wir wollen. Es gibt leider keinen epischen, klimaktischen Kampf. Und wir sind einfach derart übermächtig mit dieser Strategie innerhalb von 50 Jahren. Das ist halt einfach nur noch lächerlich. Und das versteht auch der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Der gute Bratislav, der Lüsterne. Tja, was soll ich sagen? Mit der letzten Belagerung haben wir gewonnen. Die Truppen sind nie zu uns gekommen, außer eben die Kleinen, die wir da versprengt getötet haben. Aber zur Feier des Tages konnten wir zumindest noch unsere Armee in der letzten Belagerung anführen. Und damit unseren Sieg komplett machen. Wir werden unsere Forderungen durchsetzen und damit zum König von Böhmen ernannt werden. Damit ist es geschafft. Wir sind jetzt ein König. Und wir haben fast das gesamte Land von Böhmen bekommen. Ihr kriegt nicht immer alles, aber ihr seht schon, wir haben das auch komplett bekommen. Nicht schlecht. Auch alle als Vasallen. Manchmal ist der Fall, dass ihr nicht das ganze Königreich bekommt. Aber damit seid ihr ab jetzt gelandet. Ihr seht, das Einkommen ist nicht sehr gut. Vorsichtig, ihr müsst noch einen Monat laufen lassen. Erst dann könnt ihr auch wirklich Eroberer sein. Jetzt haben wir momentan nur den Buff hier, Abenteuer-Veteran. Und ihr müsst auch daran denken, ihr habt viel zu viele Kriegsvölker. Und ihr kriegt für jedes Kriegsvölk, was über die Schwelle geht, einen Malus. 20 Prozent. Und hier haben wir 100 Prozent mehr. Das heißt, ihr müsst euch jetzt auf jeden Fall von Truppen trennen. Denn sonst werdet ihr es euch niemals leisten können, diese Truppen alle zu behalten. Also würde ich sagen, sagen wir einmal, auf Wiedersehen zu ein paar von unseren Truppen. Und trotzdem merkt ihr, wir haben 8 von 5. Wir haben noch nicht mal den besten Buff und haben noch minus 9 nur. Was halt überhaupt nicht viel ist. Wir sind halt derart brutal gepumpt. Und das ist ja noch die schnelle Variante. Ich wollte euch einfach zeigen, wie die schnelle Variante geht. Wir könnten auch viel mehr Truppen schaffen. Er hat auch ein paar Probleme hier mit ihm, eben wegen der Verletzung und so weiter. Aber ihr habt so viele Möglichkeiten, in diesem Trade, wenn ihr diese Schritte folgt, in diese Endphase, nämlich die Eroberungsphase einzutreten. Das ist einfach genial. Wenig später kommt dann eben die Welt beherrschen. Es wird immer klarer vom niedrigsten Baum bis zum edelsten meiner Basalt. Ich bin der Coolste. Abonniert Omni. Liked das Video. Abonniert den Zweitkanal. Abonniert Twitch. Lasst Omni die Welt beherrschen. Oh, Entschuldigung. Oh, lasst uns hier die Welt beherrschen. Lasst die Eroberungen beginnen. Und dann habt ihr es geschafft. Und ihr habt den Eroberer Trade. Und ihr könnt jetzt sehen, was sich das am Geld ändern wird. Twitch plus 23 Gold mit diesem Kriegsvolk. 1115. Ihr könnt jetzt, innerhalb von 50 Jahren haben wir es geschafft, könnt jetzt die gesamte Welt, wenn ihr wollt, und die Kriegsgründe findet, einfach unterjochen. Ihr könnt jeden Krieg nutzen, den ihr möglich habt. Ihr seid ja auch noch Ari. Das heißt, ihr könnt auch jederzeit Königreichskriege erklären. Religiöse Königreichskriege. Zum Beispiel hier gegen Polen, wenn ihr Lust habt. Und könnt sagen, das soll alles mir gehören. Und so ist es. Die erste Phase, die demütige Phase. Erstmal die Trade sammeln. Ein paar Aufträge machen. Missionen. Also auf eine Pilgerreise gehen, die unendlich lange dauert. Dann mit diesem Geld Krieg führen. Kriegsvolk ausbauen. Das Lager ausbauen. Krieg führen, Krieg führen, Krieg führen. Und all die Sachen machen, die man braucht für den großen Eroberer. Langsam aber sicher mit jedem Krieg, den ihr durchführt. Und dann in die letzte Phase, die Eroberungsphase aufzusteigen, um den großen Eroberer-Trade zu bekommen. Und damit ein Eroberer zu sein. In einer einzigen Lebensspanne. Wenn ihr jetzt wörtet, können sie natürlich auch noch den Kaiserreich-Titel relativ leicht erobern. Das ist auch eigentlich kein Problem mehr mit der Stärke, die ihr habt. Keiner kann mit euch mithalten, wenn es um Kriegsvolk geht. Ihr könnt nebenan einfach noch irgendwie das westslawische Reich nehmen, um ein Kaiserreich hier zu gründen. Das ist alles überhaupt kein Problem mit eurer Macht, die ihr momentan habt. Nehmt euch Polen ein und ihr könntet das einfach alles übernehmen. Und ich glaube, ich werde das auch nochmal kurz machen. Und dann schalte ich nochmal zu, um das Video auf eine schöne Kaiserreich-Note zu beenden. Wieder mal wird das arme Polen angegriffen. Und ihr seht schon, egal wie viel sie gegen uns schicken werden, egal wie viele tausend Truppen es sind, es wird ihnen nichts nützen. All diese 13.000 Truppen werden einfach von uns absorbiert mit unserem unglaublichen Trade, unserem unglaublichen Kriegsvolk. Und damit ist Polen eigentlich Geschichte. Acht Truppen noch übrig. Ich glaube, das wird nichts mehr für Polen. Und damit haben wir auch Polen. Es gibt noch eine Empfehlung, die ich machen kann, die ist mir gerade noch eingefallen, bevor ich das Video auf einer guten Note beende. Denn ihr solltet auch eure Religion reformieren. Ihr habt ja jetzt Ari. Er reformiert sie, macht die ganzen Pilgerreise. Diese Pilgerreise hat euch 5.000 Römmigkeit gegeben. Er reformiert sie und geht auf christlichen Synkretismus. Und schaut, dass ihr irgendeinen Kriegsgrund reinbringt, kriegerische Vorsätze oder hier Machtstreben und so weiter. Und macht damit weiter als Kriegslust oder halt Machtstreben. Und haut damit weiterhin allen auf die Mütze. Ihr braucht 7.300 Römmigkeit. Ihr könnt aber auch natürlich versuchen, das noch etwas herabzusenken, indem ihr auf ein Bildungsbild geht und hier auf Prophet wandert. Das geht auch. Also kein Problem. Ihr habt, wie gesagt, alle Möglichkeiten auf. Und damit gehört auch das Polnische Reich. Ein weiterer Krieg gegen Galicia Volina können wir den Kaiserreichstitel von Westslawien gründen. Und sind damit ein mächtiger Kaiser innerhalb von einer Lebensspanne geworden. Es hat uns 50 Jahre gekostet. Mehr waren es nicht. 50 Jahre, um ein mächtiger Kaiser vom Wanderer zum Kaiser zu werden. Mit diesen Tricks, die ich euch gezeigt habe, nutzt sie. Es macht mega Spaß. Gerade die Mittelfase, die ich sehr gekürzt habe, ist gigantisch. Und jetzt das Potenzial ist halt unendlich. Bleibt bei der Religion. Nehmt nicht die Religion hier an, wenn ihr es vermeiden könnt. Euer Kriegsvolk wird euch auch gegen die ganzen Fraktionen helfen, die jetzt aufploppen werden. Ihr solltet eure Vasallen dann zurechttrimmeln und eure Religion anpassen. Versucht zu konvertieren, bevor euer Herrscher stirbt. Denkt dran, ihr seid jetzt nicht mehr so gesund wie mit dem Lager. Aber von hier aus an könnt ihr als Eroberer die ganze Welt, wie ihr wollt, formen. Nehmt diese Tipps und ihr könnt es schaffen. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Wie gesagt, haut ein Like und einen Kommentar raus, wenn es euch gefallen hat. Ihr könnt uns auch noch ein paar andere Sachen angucken. Das will ich auf jeden Fall auch tun, um das DLC auszukosten. Und ich bedanke, aber ich habe schon gesagt, bedanke mich fürs Zuschauen. Egal, haut überall was rein. Liebe geht raus. Tschüssi.